und da geht es gleich weiter und nein ich habe nicht heimlichen keks alleine gegessen wir machen hier ein long play raus und da soll jeder alles mitkriegen du bist aber nicht nur hier oder der abgehauen ist der charlie sitzt am kopf ja charlie sitzt am kopf bleibst du dann mal hier diesmal ohne vielleicht direkt abzuhauen so charlie alles klar so 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 aber nicht mehr kämpfen ja ich müsste mal anfangen hier irgendwie ein bisschen ja deshalb beinhaltet immer noch ein bisschen terror 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 vor mir ja könnte ich war terror vor aber ich habe noch nicht nicht so viel schwarz pulver habe ich noch nicht oder ich glaube ich ein bisschen terror vor mir mache ich ein feuerzeug und dann wobei habe ich kann das alles schon vorher sogar habe und dann könnte man auf so lange ich irgendwo reinhüpfen kann bin ich immer der meinung da können wir noch mal in den ganzen kisten nach den ganzen schwarz pulver ist zu wenig es sind noch zwei schwarz pulver ist zu wenig es sind noch zwei schwarz pulver ist zu wenig es sind noch zwei ach das ist die schere schwarz pulver ist zu wenig es sind noch zwei und alle schafe direkt mal kreieren 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 alles klar ich habe keinen eimer sonst würde man Milch abzapfen, so, komm mal her hier, zack, oh, da hinten Hüpfel, ja, da können wir ja hier dann auch machen, ne? Boah, da voll Turbo, ja, äh, alle Hüpfel, ja, ich muss mal gucken, ne, ich hab den Weizen einen nicht mitgenommen, ne, damit kannst du ja, glaube ich, die ganzen Viecher hier mit anlocken und mitnehmen, und ich hätte mir vielleicht ne, eine Schaufel bauen sollen, Aua, runtergefallen, also egal, so, voll die, ne, ist keine Höhle, ich würde jetzt hier gerne mal so ne, so ne, so ne Höhle finden, weil da hab ich halt, wie gesagt, nicht nachgeguckt gehabt hier, das wäre schon, äh, toll, wenn ich jetzt hier irgendwo, direkt wo ich gestartet bin, irgendwo ne Höhle hab, Boah, Hammer, voller Tal, das erzählt mir nicht, die blöde Sonne geht schon wieder runter, das muss ich hier echt, um was zu schaffen, äh, auch friedlich stellen, damit ich abends rumlaufen kann, oder was? Mann, 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 so, ja, oder, ich muss zusehen, dass ich möglichst schnell Technik baue und mir, ne vernünftige Rüstung, Ah, äh, 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 Bienen wollen mich fressen, so, da, sie geht, krabbelt in mein Ohr, ekelig, oh mein Gott, das Haus schon wieder, boah, wird das schnell dunkel, Ah, Dynamic Light hab ich auch immer noch nicht, Mensch, bisschen, bisschen Licht machen hier, So, ich hab mal, bisschen Licht gemacht hier, ah, ja, hab ich ja vorhin kaputt gemacht, was ist, was Neues, Das ist ja auch wirklich mit diesem Shader, ist halt ja, Entschuldigung wegen dem Ausdruck, aber dunkel wie im Bärenarsch, ne, ha, ha, herrlich dunkel, äh, So, können wir hier vielleicht noch ein bisschen, äh, ich helge noch mit den Fackeln da drauf, wohl, Irgendwie, man kann doch durch die durchlaufen, ne, ja, irgendwie fehlen mir hier Fackeln, so. Ja, ich hab jetzt hier, äh, Grünzeug, ist halt, äh, Eichenlaub, mit Eichenlaub könnte ich mir jetzt ja auch irgendeine schöne Hecke machen. Richtig die fiesen Zäune immer direkt vor der Nase, hab ich... Hühnchen, kannst du da mal, ähm... Ja, kann da nicht raus, muss ich mal kaputt machen, so. Was wollen die denn da? Hallo, geh mal weg. Junge, 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 oh, da sind Gruselfärde. Ne, ihr kommt da nicht rüber, das ist extra dafür gemacht, dass ihr da nicht rüberkommen. So. Oh, das war's schon. Ja. Kommt die Frage, mach ich den Eichenlaub lieber so von innen oder mach ich das nachher von außen? Wobei ich find das schon toll, wenn man hier so durchläuft. Und das hier ein bisschen dichter aussieht. Und das passt ja hier auch genau mit dem Fenster. Hallo. Zack, zu. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich hatte ja hier beim ersten Aufbau mir ein paar Klamotten besorgt. Und, äh... Jetzt muss ich die mal hier irgendwie nutzen. Aber also an der Rüstung hab ich jetzt nichts Außergewöhnliches am Start. Sodass ich jetzt direkt sagen kann... Obwohl da ist ein bisschen... Äh... Obwohl auch immer Feuerzeug. Ich... Ja, I'm different. Die hätte ich ja eigentlich nur wegen... Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, aber die können singen. Hehe. Mal, ich mach's mal. I'm different. I'm different. I'm different. So. Na komm. Ich find das lustig. Ach, sogar ein Hünsel rausgekommen. Schön. Weihnachtsbaum. Schutzschild Fernbedienung am Start. Ja. Ach, das ist ja auch so göttlich, ne? Ach, schön hinsetzen. So, was steht da für eine Leine in einer Zeit auch? Jo. Was ist das denn? Komisch. So. Patz. 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 Magalisch. So, jetzt ist aber Ruhe hier. Keine Musik. Sonst kommt... Ah ja, der Gamer. So. Ey, da fehlt einer. Da fehlt einer! Mal da. So. Kann ich an dem gucken? Kann man die nicht auch... Ach so, ah, der packt direkt ins Deck da rein, okay. Okay. Hier habe ich noch Gemälde. Ja, gut. Komische Radio, das ist ja auch eine Regalstelle. Hä? Ne, da ziehe ich nicht. Passt sich nicht richtig an. Der kleine Weihnachtsbaum vielleicht? Ne, der geht auch in die Mitte. Ja, hier habe ich noch mal Klamotten, inklusive Fliegen, aber... Ja, komm. Ich kannte ja nachher trotz all dem. Bauen wir uns halt sowieso, nur dann hätte ich wenigstens nicht so schnell gefressen. So, zack. Dann tun wir die Eisensachen mal eben zurück. Hm. Habe ich denn jetzt noch irgendwas? Ja, das Eisen ist das Höchste, ne? Da müssten wir mal... Ja, müssten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wenn wir... in diese... In diese... Können wir ins Dingens reingehen, hier... Dort. Das könnte man jetzt auch mal machen. Dass wir da versuchen, ähm... Diamanten zu finden. So. Dann fangen wir mal hier an, ein bisschen... Erze zu meinen. Und womit dann halt auch los geht, ist, ähm... Oh. Warte mal. Wollen wir mal in mir schauen. Hm. Ach, ist ja jetzt alles auf Deutsch, ne? Ofen. Yes. Eiserner Ofen, elektrischer Ofen. Für einen elektrischen Ofen brauche ich... Ah, zeigt er mir nicht an. Das habe ich immer noch nicht hingekriegt, warum er es nicht macht. Dann zeigt das für einen Generator bestimmt auch nicht an, ne? Generator. Generator. Zeigt er auch nicht an. Das liegt bestimmt daran, dass ich irgendein Rezept... Mod nicht reingepackt habe. Ah, da gucke ich nachher nach. So. Hallo hier. Auch nicht. Ach man, wie gerne würde ich jetzt irgendwo... Weil das hier extra zu meinen ist. Ich meine... Ich meine meinen. Ähm... dass es hier auch Diamant eher gibt als... als ganz tief. Weil dafür ist diese Welt ist ja extra dafür gemacht, damit man hier seine Ressourcen schnell auffüllen kann. Das war voll die riesen Höhle, ne? Normalerweise... Aua. Nicht ins Loch fallen. Also ich denke, hier gibt es wirklich keine Gegner. Das ist schon mal... Das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Jetzt habe ich mal... Ne, doch nicht. Ich habe die Erde dabei. Sehr schön. Gehe ich damit mal hoch. So. Hopp, hopp. Hier gibt es auf jeden Fall auch eine normale Oberfläche, wenn ich das... Add-on richtig verstanden habe. Das heißt... Ich bin jetzt einfach nur wirklich in einer riesen Höhle gelandet. Jetzt kann man das gucken. Wo sind wir denn hier? Da. Z. Ich habe keine Ahnung, wie tief das jetzt hier genau ist. Das ist ja echt mega, das Loch hier. Meine Fresse. Da geht es noch hoch. Mein... Oh Gott. Hier fällt es ja voll in die Feldspalte rein. Hier oben ist wirklich anscheinend nur... ...nur Sand. Alles mitnehmen. Copper... Ja, das sind die ganzen Neuen. Ist auch komisch, ne? Copper-Or. Ist übersetzt Kupfer-Erz. Und hier ist Kupfer-Erz. Versteht kein Mensch. Warum das immer alles... Oh Gott. Aua. Ach ja. Ich habe meine... Stimmt. Ich kann ja da runter fangen. Ich habe mir die Stiefel angezogen. Ich wäre jetzt so im Eimer gewesen. Jut, jut, jut. Aber immerhin erschrocken haben wir uns ja trotzdem. So. Ja gut. Dann mache ich jetzt hier einen kurzen Höhlen-Cut. Und dann... Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir uns hier irgendwie mal nach oben einmal buddeln. Nur zum gucken, ob hier wirklich raus geht. Oder ob hier immer nur Steine sind bis zum Himmel. Ich weiß ja nicht genau. Wir sehen uns dann gleich. Haut rein. Tschüss.